In Providence, Kapitän. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen. Bevor ich mich allerdings an dieser Stelle von Ihnen verabschiede, werfen wir noch schnell einen Blick auf das Programm von heute. Sie können sich vielleicht noch an den berühmten und erfolgreichen Werbeslogan erinnern von der Zigarettenfirma HB, warum denn gleich in die Luft gehen. Vor rund 25 Jahren feierte er Premiere und den Erfinder dieses berühmten Slogans haben wir heute Morgen in unserem Frühstücksfernsehen zu Gast. Weiter geht's dann um 11.05 Uhr mit einem Spielfilm und zwar mit dem österreichischen Filmbustspiel Das haben die kleinen Mädchen gerne. Naja, und ich bin jetzt mal gespannt, wovon die kleinen Mädchen träumen. Bitte, das lohnt doch keinen Skandal. Ein Skandal lohnt immer. Exaktlich, Geld ist eine viel zu unwichtige Sache. Ja, solange man's hat. Oh, Nonsense, man kann genauso gut auch ohne Geld leben. Ja, ja, Mädchen, bon senat petit Pierre. Ach, bitte, liebes Fräulein, ich warte. Ich habe dir immer gesagt als Einbrecher... Ich kann nichts verstehen. Es geht um den Sohn eines Millionärs. Naja, sicher kann dein Sensationsartikel für dich draus werden, aber musst du... Ein amerikanischer Millionär. Jung, gut unverheiratet. Trämmt ohne Geld und inkognito von Monte Carlo nach Kern. Den amerikanischen Millionär, denn diese Mädchen zu oben müssen wir finden. Das haben die Mädchen gern. Elf Uhr fünf in Blatt eins. Er müsste also... Er kann ja gar nicht anders. Er muss hier durchkommen. Ich muss den Wagen hier abstellen. Ich brauche ihn ohnehin nicht, ich gebe auf. Wenn Sie jetzt schon aufgeben, dann sind Sie rein akademisch gesprochen ein jämmerlicher Waschlapp. Sie würden weitermachen, ohne Geld, zu Fuß nach St. Georgeberg. Und wenn Sie dich jetzt wirklich für einen Amerikaner halten, was dann? Hast du eine Ahnung, wie sich die Mädchen auf mich stürzen? Mich hätscheln und tätscheln? Schön und so bunt ist die Welt. Ich glaube, unserem Helden wird das Lachen noch früh genug vergehen, denn er wird sehr schnell merken, dass die kleinen Mädels auch noch was anderes im Kopf haben als nur Geld und Millionäre. Keckny und Lazy würden übrigens sehr wütend werden, wenn sie das hören würden. Denn die beiden jungen, engagierten Polizistinnen haben natürlich noch wirklich was anderes im Kopf. Ab 20.10 Uhr werden sie es uns beweisen. Das heißt, Lazy ist ja eine ganze Weile außer Gefecht gesetzt. Keckny muss sich einen neuen Partner suchen. Mal sehen, wer es sein wird. Lowell wird Ihnen als Partner zugeteilt. Was? Nein! Nein, das können Sie mir nicht antun. Ich habe inzwischen einen höheren Mann. Und als ob das noch nicht reichen würde, kriege ich auch noch Lowell als Partner. Und nimm es mir bitte nicht übel, Mary West. Das wäre nicht passiert, wenn ihr beide euch ein bisschen beherrscht hättet. Hey, du sollst dich auf einen bestimmten Punkt konzentrieren, okay? Lowell, ich weiß alles über Sie, was ich wissen muss. Okay. Dann weiß ich aber schon. Und was habe ich gekriegt? Ich werde von oben angeschossen. Und kriege noch Patrick Lowell als Partner. Na, das ist ja wohl ein Unterschied. Cagney und Lazy. 20.10 Uhr in Sat.1. Und von den Insassen konnten Sie natürlich auch niemanden sehen. Keinen außer dem Fahrer. Keine Bewegung, Polizei! Ich würde sagen, sie sieht sich um und sucht sich einen neuen Mann. Vielleicht Winnie oder vielleicht Edie. Kommen Sie auf! Vielleicht einen von anderen Mann. Kommen Sie auf! Ich schlage eine kleine Pause vor mir. Es könnte ja immerhin sein, dass Billy nun doch gerne einen anderen dabei hätte. Nein, das glaube ich einfach nicht. Sie treten hier als Moralprediger auf und ein Mann liegt im Koma. Linda, was für ein Polizist sind Sie eigentlich? Es wird sich noch herausstellen, was für ein Polizist er ist und ob er gut ist oder eventuell so clever wie unser Geheimagent Scott in dem darauf folgenden Krimi. Scott wird vom CIA nach Hongkong geschickt, um eine gefährliche Schmugglerbande außer Gefecht zu setzen. Na ja, und gleich beim ersten Versuch erlebt er eine bittere Enttäuschung. Hallo Linda! Entschuldige, ich habe mich verspätet. Linda! Ich weiß wirklich nichts weiter, als dass ich nach Hongkong fliegen sollte. Als Sekretärin und außerdem bin ich ausgebildete Funkerin, deshalb hat Roger mir die Stellung verschafft. Sie ist im Geheimdienst die Einzige, die als Funkerin perfekt ist. Kann sie wenigstens zuschlagen? Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Sie meinen, sie ist zu... Hoffentlich spiele ich die Rolle richtig. Ich werde mir Sorgen um sie machen und das tue ich gar nicht gern. Wir glauben, dass ein gewisser Pierre Melot dabei seine Hände im Spiel hat. Er betreibt mit drei Chunken in Hongkong einen Holzhandel, aber wir sind ihn bisher nicht auf die Schliche gekommen. Das Geheimnis der drei Chunken. 21.15 Uhr in Sat.1. Passt genau. Er sagt angekommen, Überprüfung wurde durchgeführt, alles in Ordnung. Uhrzeit 15.15 Uhr. Das ist der Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe. Er spricht perfekt Chinesisch und kennt Hongkong besser als ich. Genau der richtige Mann für Sie. Ich würde Ihnen auch gerne beim Entschlüsseln behilflich sein. Alles zu seiner Zeit. Und? Wer hat dich beauftragt, mich zu ermorden, du elender Hund? Wer hat dich hinter mir hergeschickt? Eine interessante Frage, aber auf die Antwort müssen wir doch noch eine kleine Weile warten. Stuart Granger, Harald Juncke und Horst Frank spielen die Hauptrollen in dieser turbulenten, gefährlichen und spannenden Geschichte. Ja, und spannend geht es dann auch gleich weiter in unserem französischen Spielfilm Armee im Schatten. Der Film spielt im Jahre 1942 und schildert die selbstzerstörerischen Aktionen einer französischen Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg. Der Anführer dieser Gruppe heißt Garbier und wird von Lino Ventura gespielt. Ich muss ihn matt setzen und kleinkriegen. Ich werde Sie in der Baracke unterbringen, die für die deutschen Offiziere bestimmt war. Ich werde diese Ehre zu schätzen wissen. Der Kommandant ist gar nicht mal so ungeschickt. Er steckt mich mit drei Dummköpfen und zwei verirrten Kindern zusammen. Lässt mich im eigenen Saft schmoren. Setzt mich außer Gefecht. Sergier, würden Sie bitte kommen? Das müssen wir ausnutzen. Erhoffen Sie, was Sie können durch diese Tür. Halt! Stehenbleiben! Was wollen Sie hier? Einmal rasieren, bitte. Armee im Schatten. 23.20 Uhr. In Sat.1. Ist das der Verräter, den wir erfüllen? Ja, das ist er. Also Sie sind der Chef. Keine Geschichte, der muss sterben. Einzig und allein darum sind wir hier. Alles kommt auf den Mann an, der die Durchführung dieser Aktion übernimmt. Ich wüsste da einen. Heute ist er in Paris. Er bringt Mathilde ein neues Funkgerät. Sagen Sie, Felix, dass die Funkgeräte umgerüstet werden müssen. Man hat die Frequenzen gewechselt. Wir haben noch einen zusätzlichen Passagier. Ich wusste es vorher nicht, den großen Chef. Das Boot zum Übersetzen liegt um Mitternacht bereit. Und morgen Abend können Sie uns auf diese abenteuerliche und lebensgefährliche Reise begleiten. Soweit meine Fernsehtipps für heute. Und jetzt möchten wir Ihnen noch ganz gerne an dieser Stelle eine neue Fantasy-Serie vorstellen, die Sie abkommenden Sonntag hier bei uns in Sat.1 sehen werden. Sie trägt den Titel Die Schöne und das Biest und ist wirklich die ungewöhnlichste Liebesgeschichte, die Sie je gesehen haben. Wenn du mal nicht so viel anderes im Sinne hast, bist du eine gute Firmenanwältin. Falsch, Vater. Ich bin die Tochter eines guten Firmenanwälts. Du willst doch heute Abend nicht allein nach Hause. Wo bin ich denn? Wo dir niemand was tun kann. Du bist jetzt sicher. Wer sind sie? Vincent, sag mir deinen Namen. Catherine. Catherine, versuch dich auszurufen. Die Schöne und das Biest. Die Geschichte von der schönen High Society Anwältin Catherine und dem geheimnisvollen Löwenmenschen Vincent aus dem verborgenen Reich der Unterwelt New Yorks in einer Fantasy-Serie voller Abenteuer und Romantik. Exklusiv in Sat.1. Bei den Synchronarbeiten in Berlin leitet der bekannte Schauspieler Klaus Wilke Vincent seine einfühlsame Stimme. Hier, in dieser Serie, die eine völlig neue Farbe darstellt in all den Programmen, die wir im deutschen Fernsehen sehen dürfen. Da freue ich mich, dass ich mich synchronisieren darf. Und ich freue mich vor allen Dingen auch in diesem Fall für all die Fernsehzuschauer von Sat.1, die Sat.1 erreichen können, dass eine völlig neue Farbe der zwischenmenschlichen Beziehung da ist. Eine der schönsten Liebesgeschichten, die es gibt. Catherine. Wenn dein Herz nicht vertraut, kann kein Wort, das ich sage, helfen. Hilfe! Hilfe! Vincent! Ich fühle die Dinge genauso, wie du sie fühlst. Die Schöne und das Biest. Ab Sonntag um 19.10 Uhr in Sat.1. Ja, und ich hoffe, Sie sind bei der ersten Folge dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte dabei. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, sage Tschüss und viel Spaß bei dem Programm. Also, ich komme aus fitnessen. piecesitrin in Sat.1. Aufásibl contagiert vielleicht sogar diesen��ät. hovering lass uns noch eine Farbe der Kinderkmotor店 inел Japan. Also, ich hoffe, Sie sind bei derusi vaischragen. Oh, ich hoffe, Sie sind mit unserer fünf Minuten. Mit wr fingerszur 너 vor Wun und die bleibt. Ausatmen etwas glücklichesierken. Ich hoffe, Sie sind bei dem Moment zu versch 좋아요. Und das sind da. Ich hoffe, Sie sind bei 2. Deide things sind bei ihm. Ich hoffe, Sie liegenesig Nummero. ist five allein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020